Viele Kryptoinvestoren warten schon sehr lange auf die heiß ersehnte echte Altcoin-Season und obwohl diese jetzt schon von einigen mehrmals ausgerufen wurde, sieht die Realität anders aus. Wir sind derzeit in der Bitcoin-Season und dementsprechend haben sich auch einige Altcoins nicht so entwickelt, wie es die Investoren erwartet hatten. Hier sollte man verstehen, dass es am Altcoin-Markt auch bestimmte Zyklen gibt, vor allem auch kurzfristige Zyklen. Und wenn man dann das Glück hat, einfach im Tief einzusteigen, dann wird man logischerweise diese Welle mit nach oben reiten. Das haben wir mit meiner Community auch gehabt. Wir sind die Welle mit nach oben geritten. Die Coins haben sich alle extrem vervielfacht. Wenn man aber das Pech hat, zum Beispiel wie ich, hier in Deutschland zu leben, dann hätte man natürlich oben verkaufen können und dann Steuern bezahlen. Das würde ich persönlich gerne vermeiden. Dementsprechend war ich auch bereit, diese Welle mit nach unten zu reiten. Die echte Altcoin-Season wird meiner Ansicht nach kommen. Das werden wir auch später in den zukünftigen Videos nochmal hier gemeinsam besprechen. Wenn die kommt, dann werden die meisten Altcoins dann wieder nach oben steigen und wenn man in den richtigen Altcoins drin ist, dann werden diese wirklich regelrecht explodieren. Heute werden wir uns auf jeden Fall mit zwei bestimmten Altcoins beschäftigen, die ihr euch gewünscht habt, und zwar mit Ethereum und Polygon, um zu sehen, wie viel Potenzial da noch drin steckt. Ihr könnt mich wie immer natürlich gerne hier kostenlos unterstützen, wenn euch der Content gefällt. Einfach nur einen Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren mit Glocke, dann bleibt ihr natürlich auch weiterhin up to date und schreibt mal sehr gerne eure Meinung zu diesen beiden Coins unten in die Kommentare. So, dann lasst uns wie immer keine weitere Zeit verschwenden und hier einfach mal mit dem Tagesschat von Ethereum starten. Währenddessen werde ich noch auf ein paar Sachen eingehen und einiges erklären. Trotzdem sollte natürlich jedem Einzelnen bewusst sein, alles was ich sagen werde, ist nur meine persönliche Meinung. Es ist keine Anlagefehlung, es ist nur Entertainment, bitte erstellt eigene Analysen und wenn ihr in Ethereum oder auch in Polygon investiert seid, dann drücke ich euch ganz fest die Daumen, dass ihr im Plus aussteigen könnt. Wie gesagt, ich kann mich natürlich auch irren, ist alles nur meine persönliche Meinung. Übrigens für diejenigen, die sich wirklich für die Altcoin Season interessieren und sich fragen, welche Ereignisse eintreffen müssen, damit wir die Altcoin Season bekommen, dazu habe ich auch ein Update auf meiner Webseite finerofolio.de erstellt. Wenn wir uns jetzt Ethereum mal anschauen, hier wie gesagt im Tagesschat, dann werden wir uns als erstes natürlich hier diesen letzten Run anschauen müssen. Hier sehen wir auch der letzte Run, der war schon wirklich sehr, sehr krass. Also alle, die hier dabei waren, ich hatte tatsächlich auch hier einiges an Gewinnen mitnehmen können, das war schon wirklich sehr cool. Und hätte man tatsächlich hier ja im Tief gekauft und hätte das bis zum absoluten Top gehalten, dann hätte man sogar fast 3000% Rendite mitnehmen können. Also wirklich gar nicht normal, also das ist schon wirklich sehr, sehr heftig. Interessanterweise während dieser gesamten Zeit haben viele darüber gesprochen, dass Ethereum Bitcoin flippen würde in der Marktkapitalisierung. Jetzt aktuell glauben das immer noch viele. Ich persönlich kann jetzt hier schon mal vorwegnehmen, ich persönlich glaube das nicht. Also ich denke nicht, dass wir in dieser Season sehen werden, dass Ethereum mit der aktuellen Blockchain-Technologie schaffen wird, Bitcoin in der Marktkapitalisierung zu flippen. Keine Ahnung, was in der Zukunft passieren wird. Kann natürlich sein, dass sich bis dahin einiges verändern wird, aber wir werden das meiner Ansicht nach nicht sehen. Was jetzt hier für uns entscheidend sein wird, wenn wir uns einmal hier Ethereum im Vergleich zum Bitcoin anschauen, dass wir dann aber sehen werden, dass obwohl Ethereum jetzt Bitcoin nicht flippen konnte in der Marktkapitalisierung, und auf das Thema werden wir gleich auch nochmal eingehen, weil das sehr, sehr wichtig ist, konnten wir dennoch sehen, dass Ethereum hier tatsächlich geschafft hatte, Bitcoin outzuperformen. Das seht ihr hier zum Beispiel, das ist einmal der Chart Ethereum zu Bitcoin, das heißt man konnte dann auf einmal für seine Ethereum mehr Bitcoin erwerben. Und dementsprechend war man auch ganz klar in der Ethereum Season, beziehungsweise auch in der Altcoin Season, denn die meisten Altcoins hatten auf einmal an Kraft gegen den Bitcoin gewonnen. Und hier seht ihr das, es ist sehr, sehr stark nach oben gestiegen. Jetzt aktuell sind wir ganz, ganz lange nicht in der Altcoin Season. Warum? Das seht ihr zum Beispiel bei Ethereum, aber auch bei vielen anderen Altcoins, wenn ihr euch die Charts nicht im Vergleich zum US-Dollar oder zum Euro anschaut, sondern im Vergleich zum Bitcoin. So kann man die Kryptomärkte eigentlich am besten analysieren. Denn hier seht ihr zum Beispiel, dass Ethereum im Vergleich zum Bitcoin die ganze Zeit an Kraft verliert. Im Grunde genommen, um das jetzt einfach mal simpel auszudrücken, ihr würdet jetzt Stand heute, wenn ihr Bitcoin besitzt, mehr für eure Bitcoin an Ethereum bekommen, als das zum Beispiel jetzt hier noch der Fall gewesen ist 2021 oder auch 2022. Im Grunde genommen müsste man ganz klar sagen, Ethereum war ein schlechteres Investment als Bitcoin. Warum? Alle Altcoins, so wie auch Ethereum, haben ein deutlich größeres Risiko als Bitcoin. Und wenn dann die Rendite vergleichsweise zu Bitcoin sogar noch schlechter ausfällt, dann macht es ja eigentlich gar keinen Sinn, sich diesem Risiko auszusetzen. Auf jeden Fall, wenn wir uns jetzt noch einmal den Ethereum und US-Dollar Tageschart anschauen, dann werden wir hier etwas feststellen können. Denn wir können auf jeden Fall sehen, dass wir hier vorher ganz lange einen Bärenmarkt hatten, eine Seitwärtsbewegung. Da war eigentlich nicht wirklich viel Action. Und erst nach dem Halving ging es dann so richtig los, dass der Kurs dann auch wirklich so richtig explosiv anstieg. Jetzt hatten wir diesmal ein bisschen ein anderes Szenario, das ist wahrscheinlich auch schon einigen aufgefallen. Denn wir hatten ja auch zum Beispiel bei Bitcoin das erste Mal überhaupt vorher geschafft, vor dem Halving das Allzeithoch zu durchbrechen. Das gab es so in der Form auch noch nicht. Und trotzdem, wenn man sich das jetzt einmal anschaut, wie hoch Ethereum gestiegen ist, dann wird man auch hier erkennen, aktuell haben wir gerade mal 200% plus und im absoluten Top waren es ungefähr 300% plus. Das heißt, wir sind jetzt auf jeden Fall immer noch sehr weit entfernt von diesen 3000% und viele stellen sich halt die Frage, okay, werden wir jetzt hier noch einmal ein 10x bekommen, also noch einmal eine Verzehnfachung, damit wir dann dementsprechend unsere 3000% bekommen, was auch einige natürlich so ansprechen im Internet, beziehungsweise viele glauben auch daran, dass das passieren wird. Hier müssen wir noch einmal einen Schritt zurückgehen und uns zuallererst halt eben die Marktkapitalisierung auch von Ethereum anschauen. Denn die Marktkapitalisierung von Ethereum ist heute ein wenig anders, als es mal früher der Fall war. Das könnt ihr auch zum Beispiel hier sehen auf CoinGecko, wenn ihr auf MarketCap drauf geht und hier zum Beispiel auch auf Max drauf geht, dann werdet ihr auch erkennen, wie die Marktkapitalisierung sich jetzt aktuell zum Beispiel zur Vergangenheit unterscheidet. Wir haben nämlich jetzt aktuell eine Marktkapitalisierung von 363 Milliarden. Wenn man jetzt hier eine Verzehnfachung hinlegen würde bei Ethereum, dann hätten wir eine Marktkapitalisierung, die größer wäre als einige der Magnificent Seven, also die größten Unternehmen der Welt. Das sollte man vielleicht mal bei der eigenen Analyse bedenken. Zum anderen, wenn wir uns jetzt hier einmal die Marktkapitalisierung mal anschauen im letzten Run 2020, dann werden wir hier ganz klar erkennen, die Marktkapitalisierung lag ungefähr bei 20 Milliarden US-Dollar. Dementsprechend war es natürlich auch möglich, wenn dann viel Liquidität dazu kommt, dass wir halt diesen geisteskranken Run hier bekommen und auf einmal stieg die Marktkapitalisierung auf 560 Milliarden. Stand heute sind wir gar nicht mal mehr so weit von dieser Marktkapitalisierung entfernt mit unseren 363 Milliarden und dementsprechend starten wir jetzt schon bei einem ganz anderen Punkt, als wir es zum Beispiel noch hier damals hatten im Jahr 2020. Dementsprechend zweifle ich persönlich sehr daran, dass wir bei Ethereum noch einmal eine Verzehnfachung sehen werden. Also das wäre für mich schon wirklich fast nicht möglich. Wenn wir uns jetzt aktuell die Marktkapitalisierung vom Bitcoin anschauen, dann muss ich ganz klar sagen, ich könnte mir vorstellen, dass Ethereum sich vielleicht so in diese Richtung bewegt. Also hier sind wir schon bei über einer Billion. Ja, ich habe aufgepasst, Leute, ihr habt mir den Kommentar geschickt. Ich habe einen Versprecher gehabt in dem einen Video. Danke nochmal für den Hinweis. Hinweis, aber auf jeden Fall so in die Richtung könnte ich mir das tatsächlich vorstellen, dass wir das sehen werden. Aber auch hier müsste man dann eben annehmen, dass Ethereum sehr viel Liquidität abbekommen würde in diesem Run. Was passieren kann, vor allem auch mit diesem ETF-Thema. Das würde sehr, sehr interessant sein. Das könnte Liquidität dazu bringen, einen Hype auslösen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Ethereum vergleicht mit vielen anderen Blockchains und ich habe mich ja hier zum Beispiel für Solana entschieden, dann wird man merken, viel Liquidität aus diesem Ethereum-Netzwerk fließt jetzt aktuell raus und fließt in die anderen Blockchains. Und genau das seht ihr auch im Grunde genommen hier im Kurs, denn wir haben jetzt hier nicht diese geisteskranke Rallye, die wir schon mal hatten, sondern wir haben hier eher diese normalere Rallye. Und im Vergleich dazu hat man ja bei Solana 2000% und so weiter und so fort gesehen. Also doch ein bisschen anders in diesem Run als das, was wir schon mal kannten. Ich persönlich gehe aber dennoch davon aus, dass wir zumindest bei Ethereum sehen werden, dass wir hier dieses Hoch nochmal durchbrechen werden. Da wird es definitiv noch genug Liquidität geben. Das sind immer noch 70 oder 60%, ungefähr irgendwas so in dem Dreh, von wo auch immer man das Ganze dann eben rechnen möchte. Und das sollte natürlich ausreichen, um dann am Altcoin-Markt einen richtigen Hype auszulösen. Denn Ethereum ist so immer ein bisschen stellvertretend gewesen für alle Altcoins. Und wenn man dann sieht, okay, Ethereum steigt, dann werden viele sehr euphorisch werden und werden sich dann kleinere Coins dann rauspicken und die dann ja sehr stark nach oben pushen. Aktuell sind wir auf jeden Fall in einer Konsolidierungsphase, ähnlich wie viele andere Kryptowährungen, was vollkommen in Ordnung ist. Also das ist jetzt kein Grund zur Panik. Wir sind hier immer sehr nah am 50-Tage-Gleitenden Durchschnitt. Der mal zwischendurch als Support, mal das Resistance fungiert, ist auch voll in Ordnung. Hier drunter hätten wir immer noch den 100-Tage-Gleitenden Durchschnitt und den 200-Tage-Gleitenden Durchschnitt. Hier wäre sogar eine sehr, sehr starke Supportzone bei ungefähr 2.600 Dollar. Also das könnte ich mir auch noch vorstellen, sollte der Markt nochmal schwächeln, dass wir hier runtergehen. Aber es sollte definitiv dann so sein, in der zweiten Jahreshälfte, dass sich Ethereum dann auch ein bisschen erholt und hier in Richtung Allzeit hoch steigt. Einige haben von 10.000 US-Dollar Zielmarke gesprochen bei Ethereum. Ich persönlich, wie gesagt, ich bin nicht mehr dort investiert. Aber wenn ich investiert wäre, dann würde ich persönlich tatsächlich bei 10.000 US-Dollar dann, ja, danach abcashen. Damit kommen wir schon zum zweiten Altcoin und zwar zu Matic bzw. Polygon, der ja auch bei sehr vielen Leuten beliebt ist. Ich selbst war da auch kurzzeitig investiert, also ähnlich wie in Ethereum, hatte mich aber, und das habe ich auch öffentlich gemacht, dann irgendwann entschieden auszusteigen und das alles zu konvertieren in Solana. Also meine Solana-Position war tatsächlich deutlich größer und das habe ich auch immer wieder so gesagt. Mein Hauptgeld, mein Hauptkryptogeld war immer in Bitcoin und Solana und Ethereum und Polygon war nur einfach ein paar Prozentpunkte, war jetzt nicht nennenswert, nichtsdestotrotz hier in diesem Anstieg Ende des Jahres 2023 habe ich ja gesagt, ich tausche mein Polygon und mein Ethereum komplett gegen Solana. Ich steige hier komplett aus dieser Blockchain aus, also aus Ethereum, weil ich in Solana einfach viel mehr Potenzial sehe. Hatte sich für mich dann auch als die richtige Entscheidung dann eben rausgestellt, aber auch hier hätte ich nicht erwartet, dass wir hier so einen Einbruch sehen. Wenn wir uns generell Polygon anschauen, entwickelt sich Polygon interessanterweise ein bisschen anders als die meisten Altcoins. Der Tiefpunkt war nämlich hier irgendwann im Jahr 2022 in der Mitte. Viele hatten den Tiefpunkt irgendwo hier im Jahr 2023. Wenn wir aber fairerweise hier den absoluten Tiefpunkt nehmen, dann sehen wir, dass Polygon gerade mal 100 Prozent jetzt über dem Tiefpunkt liegt und insgesamt sieht der Chart auch nicht wirklich bullig aus. Viele gehen aber dennoch davon aus, weil wenn wir uns jetzt zum Beispiel den letzten Zyklus von Polygon anschauen und das hier einmal hochziehen, dass Polygon dann hier wirklich wieder so eine heftige Rendite abliefern wird. Je nachdem, wo man das Ganze dann eben anrechnet, dann wird man sehen, wir hatten hier 10.000, 18.000, 100.000 Prozent Rendite, also auf jeden Fall schon unglaubliche Zahlen. Und deswegen gehen auch viele davon aus, ja, wir werden hier noch einmal diesen Hype bekommen und dementsprechend wird man wieder Millionär und reich und muss nie wieder arbeiten. Jetzt muss ich hier leider, und wie gesagt, ich mache das nicht gerne, ich rede auch nicht gerne über Sachen schlecht oder so, weil ich weiß auch, Leute dort investiert sind und daran glauben, deswegen bitte auch eigene Analysen erstellen. Aber hier muss man auch alles ein bisschen in den richtigen Kontext rücken und fairerweise muss man dann auch sich die Marktkapitalisierung von Polygon anschauen. Also aktuell eine Marktkapitalisierung von ungefähr 6 Milliarden und wenn wir uns das zum Beispiel einmal anschauen, im letzten Zyklus, also 2020, dann wird uns schon etwas auffallen, 2020 war die Marktkapitalisierung von Polygon und das seht ihr, glaube ich, hier alle selbst, wenn ich das einmal hier so ranzoome, dass wir gerade mal bei 30 Millionen Marktkapitalisierung lag. Dann ging das mal nach oben, dann waren wir bei 70 Marktkapitalisierung, 80 Marktkapitalisierung, dann ging es jetzt mal wieder runter. Also hier ganz viel hin und her, aber ihr seht es selber, wir waren noch nicht mal bei 100 Millionen Marktkapitalisierung. Den Kurs nach oben zu pushen, wäre also eigentlich relativ einfach gewesen und weil dann auf einmal viel Liquidität in die Märkte gepumpt wurde, weil wir diese ja sehr krasse Euphorie hatten, vor allem auch auf dem Ethereum-Netzwerk, konnte man dann natürlich viel Liquidität von da abziehen, in verschiedene andere Blockchains reinpumpen und sah dann auf einmal diesen krassen Anstieg bei Ethereum und das Ganze stieg dann sogar auf 18 Milliarden oder 20 Milliarden Marktkapitalisierung, was natürlich schon sehr, sehr knackig ist. Aber auch hier seht ihr ein ganz klares Muster, wir sind nicht mehr bei 20, 30, 40 Millionen Marktkapitalisierung. Nein, diesmal starten wir schon bei 6 Milliarden, also deutlich, deutlich höher. Und dementsprechend wäre es natürlich auch für Polygon deutlich schwieriger, jetzt einfach noch einmal so eine Rallye mit 10.000, 100.000 Prozent Rendite hinzulegen, weil die Marktkapitalisierung schon eine ganz andere ist. Und das war auch der Hauptpunkt, warum ich persönlich auch gesagt habe, ich hatte mein Altcoin-Portfolio so aufgebaut und das habe ich auch gesagt, das ist ein Experiment, sehr, sehr risikoreich, dass ich mir winzige Projekte raussuche und darauf gamble im Grunde genommen, muss man ja schon fast so sagen, dass diese dann ja explodieren in der zweiten Hälfte. Wenn das nicht passiert, ist mir persönlich das aber auch egal, weil mein Hauptgeld liegt in Bitcoin und Solana und das würde dann im Grunde genommen diese Verluste ausgleichen und ich würde dennoch am Ende im Plus aussteigen. Das ist meine persönliche Strategie, jeder muss sich eine eigene ausdenken und dann anhand dieser handeln, ist aber, finde ich persönlich, eigentlich relativ simpel. Trotzdem muss man hier sagen, es könnte durchaus sein, dass bei Polygon hier die Geschichte noch nicht vorbei ist, auch wenn wir sehen, dass die gleitenden Durchschnittslinien alle sich jetzt über dem Kurs bewegen, die dann logischerweise als Resistance fungieren würden. Hier waren die noch als Support und dementsprechend stieg der Kurs nochmal nach oben. Hier würden die logischerweise jetzt als Resistance fungieren. Wir sehen, wir haben auch diesen ja sehr, sehr schönen Trend nach unten hin durchbrochen. Das an sich ist schon sehr, sehr bärisch. Ich persönlich, wenn ich jetzt hier noch investiert werden würde, würde auf jeden Fall schauen, dass wir hier zumindest diese Tiefpunkte hier nicht durchbrechen, weil ansonsten werden die Ziele hier oben komplett unrealistisch sein. Also überhaupt irgendwas hier noch oben sich anzuschauen, kann man dann komplett vergessen. Dementsprechend würde ich einfach darauf achten, dass wir hier vielleicht in dieser Phase, wo wir uns jetzt gerade befinden, bei ungefähr 70 Cent konsolidieren. Das wäre definitiv nicht verkehrt, weil dann kann man so anfangen, sich langsam im Kurs zu erholen. Als erstes Ziel würde ich mir die 1,22 anschauen. Je nachdem, wann das erreicht und durchbrochen wird, könnte man sich noch die 1,60 anschauen. Was danach passiert, steht dann erstmal in den Sternen, weil das hängt einfach davon ab, wie weit dann der Altcoin-Markt, der Zyklus sich dann hier eben befindet. Sollte das dann relativ spät passieren. Also wenn ihr zum Beispiel merkt, dass wir die 1,60 erst, keine Ahnung, Mitte 2025 erreichen, wer weiß, ob überhaupt die Altcoin-Season diesmal so lange dauern wird, dann könnt ihr euch natürlich hier diese Allzeit-Host komplett abschreiben. Dann ist das Game Over. Dann würde ich das vom Tisch nehmen. Wenn ihr sogar seht, Ende 2024 bewegt sich der Kurs hier immer noch unter der 1-Dollar-Marke, dann wird das auch schon sehr, sehr kritisch werden. Die zeitliche Komponente bei Altcoins ist sehr, sehr wichtig. Und das unterschätzen leider die meisten. Und dementsprechend reiten die halt natürlich diese Welle hier mit nach unten. Da sollte man definitiv aufpassen, meiner Meinung nach. Es gibt natürlich einen Hoffnungsschimmer. Wenn Ethereum mit den ETFs noch einmal einen Hype auslösen würde, dann könnte das natürlich Ethereum im Kurs helfen. Und Ethereum würde wiederum allen anderen Blockchains, die darauf basieren, auch helfen. Das heißt, das könnte den Kurs hier noch einmal nach oben pumpen. Ich wäre aber ein ganz großer Fan davon, wenn ich jetzt hier noch drin wäre, dann diesen Pump zu nutzen, um auszusteigen und mein Geld woanders zu platzieren. Also das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Also Polygon im Vergleich zum Bitcoin muss man sich auch mal anschauen. Dann wird man ganz klar erkennen, dann hätte man sein Geld einfach in den Bitcoin investieren können und wäre deutlich besser gelaufen. Und das ist im Grunde genommen in der Kryptowelt ja auch das Entscheidende. Wenn man sich für Altcoins entscheidet und dort investieren möchte, dann muss man davon ausgehen oder hoffen, dass diese Altcoin Bitcoin outperformen wird. Also das ist im Grunde genommen die These dahinter, weil ansonsten kann man ja auch das Geld sofort in Bitcoin investieren, weiß, hey, da ist es relativ sicher und braucht sich mit diesem ganzen Kopfschmerzen-Thema und Stress gar nicht mehr beschäftigen. Ich persönlich, wie gesagt, bin in beiden nicht mehr investiert. Drücke dennoch die Daumen für all diejenigen in der Community, die dort investiert sind. Ihr könnt, wie gesagt, gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Und wenn euch der Content hier gefallen und geholfen hat, dann könnt ihr mich jetzt kostenlos unterstützen. Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren mit Glocke und für all diejenigen, die bis zum Schluss geblieben sind, danke an euch.